Komm auf den Kopf, hier rechts. Okay, guck mal. Boah, mein Name ist da. Oh Mann, oh, es geht schon los. Oh Scheiße, schau mir grad ne Karpus an. Moment. Oh, ne Karpus an. Wir sind zu 10 im Karpus. Ey, nein. Ist da fast in die Hose gekackt? Scheiße. Ich wollt grad hoch. Komm, lass uns einfach killen, Mann. Nein, Sonic. Oha. Oha, Sonic. Nein. Wir haben doch, wir haben doch eigentlich verloren. Wir sind draußen. Nein, das ist der. Dann geh ich Papi. Die Box ist, Alter, den hab ich einfach weggehustet. Can we please join, Klan? Äh, can you go better attack? Better attack. Da kommt ordentlich, was? Ich sag mal so viel, Jungs. Was ist denn mit Karsten los? Nein, nein. Ach, gut, doch gut. Dafür, dass du eine Mainwaffe haltest, war das zu wenig. Ja, das stimmt. Aber ich hab immerhin noch einen Assist gemacht. Also ich hab zweieinhalb Case gemacht. Ja, okay, dann. Ich mach die kurz mal alle dauernd. Warte kurz. Einen Moment. Ich hab ja P90. Warum sind denn da drei? Einer vor B. Ja, B ist einer. B könnte jetzt gleich kommen, Männer. Maybe I need help. Also einer ist on side of B, der andere ist bei Cat und hat half HP. Du kannst vielleicht ne Waffe mitnehmen. Baldi's whack. Ich glaub ich lauf jetzt hier nochmal durch, oder? Ahja. I made a deal go, oder was? Waffe die das jetzt? Oh fuck. Ja, das ist natürlich, äh... Glaubst du die Giraffe das nicht, Yakuza? Yakuza, die haben das nicht gerückt. Einer ist Main raus. Go ist weg. Okay, wirkt so, als wenn sie hinter B wären. Nice. Letzter müsste... Ja, Little Ramp. Der ist low, der ist low. Achtu, der kommt raus. Nice, sehr gut. Ja, ich würd's so nehmen, wenn ihr sie... Also außer... Yakuza behält sie einfach. Das ist ziemlicher Assi. Man kennt ihn, ne? Yakuza, ich könnte dir ne P90 dafür geben. Ich glaube, er ist nicht interessiert. Schon wieder E-Bongs draus. Weißt du, mit P90 mach ich einfach die Kills. Ich hab mit der AWP einen 3K gemacht. Ich hab mit der AWP einen 3K gemacht. Ich hab mit der AWP einen sofort einen Kill gemacht. Ich brauch Hilfe auf P90, ne? Ja, ich schieb rüber. Gibt mir einen Header, alter! Stimmt, wieder so die richtigen Krampfbahnen außen hier, oder? Dass die schon wieder so reinkickeln. Du bist einfach Main irgendwie aggressiver halt nicht. Keine Ahnung. Ja, dann komm ich jetzt mit. Wobei eben zwei auch bei Ivy waren. Hop dog, hop dog. Komm mit down. Geh rein, geh rein. Der aimt mich grad ab. Der aimt mich hier grad hin. Er kippt mir noch durch die Wand, ne? Where is that? Where is that? Leisure. Der ist hinter der... Er ist bei der... On Bombside! On Bombside! Nice, danke. Er on Bombtrain, meine ich natürlich. Da ist noch einer direkt hinter dem Bombi. Nein! Er kommt von rechts gelaufen. Ach du, der ist einer hinter der... Der ist schon beim Train. Rechts bei Bombtrain. Der ist bei der Bombe. Und dann geb ich sie einfach. Yakuza! Oh, Yakuza! Hey! Ich will nicht mehr spielen! Hat jemand ne Flash? Ich hab mir nen Decoy. Ich kann sie schmeißen, wenn du willst. Schmeiß mal. Decoy! Down. Nice. Oh, er ist hier unten! Oh mein Gott! Ich bin auf seinen Kopf drauf! Nice! Direkt by side! Nice! Jetzt könnt ihr drauf! Volle Pulle! Einer war noch weh! Sonic, pass auf! Der könnte auch bald bei dir durchkommen! Äh... Gebt mal Richtung Plant! Ihr habt jetzt Pop-Doc gemacht, ihr könnt vor Pop-Doc legen! Also irgendwo Old Pop oder so muss einer gewesen sein! Nice! Wahrscheinlich gleich dann Ivy oder... Ja Ivy! Jo, der ballert schon! Nice, Jungs! Elbow! West los! Weg ist er! Jo, der smoked sich gerade oben ab! Kannst durch die Smoke gehen? Weiß ich! Ja! Die AWP wartet auf mich! Ja! Da ist er! Der ist weg! Upper! Upper! Mit Upper! Okay, Con und Upper! Dann warte ich kurz! Nice! Boah, die Runden sind echt schwitzi! Wir müssen eh kommen! Ja, dann lass es langsam machen! Lass es ultra langsam machen! B! B rush! Die rushen B durch! Okay! Ich hab die Bombe hier! Komm mal bitte her! Moly, Pop mal durch! No, alle down! Oh shit dude! Aber das war ein richtig guter Call mit der Eco! War ultra gut! Ja, ja, ich hab auch gut! Ist weg! Ich molly! Ich smoke, äh, Poppy ab! Oh, erst mal Old! Aua! Er ballert mich immer noch an die Beine! Kommt jetzt durch! Sorry! Nice! Achtung! Flash! Fällt vielleicht in deinen Nacken! Weiß ich gar nicht! Ich bin voll gut! Ivy und Upper! Wir können jetzt gemeinsam auf B gehen! Nice, Jungs! Sehr schön! Sehr, sehr schön! Wir könnten uns auf B smoken und rausflashen! Ich hab für unten ne Smoke! Und ich flash nochmal hinterher! Pass auf! Ich flash auch da hinterher! Ach so, ja gut! Jetzt kannst du runter! Jetzt kannst du runter! Ist schon geworfen! Ich flash oben, aber nur für mich! Kurz! Oil! Oh, scheiße! Das sind ja zwei direkt aligned! Hm? Was ist das gerade? Nee, du warst noch ein bisschen unpräzise, weil du gerade gesprungen bist! Aka kaka! Oh, lecky lecky, Leute! Da seid ihr reich, oder was? Ja, ich mach keine Runde mehr! Hopdog! Hopdog! Anders, Ivy! Yo, yo! Yakuza hat! Shit! Wir sind abgemolied! Zeit in Ivy! Lass, lass rotieren! Lass hier weg rotieren! Okay! Ich hab nochmal gemolied! Ich flash hinterher! Achtung! Flash kommt! Okay, go! Einer ist hinter Oil, ist weg! Ich mein, neben Oil! Oh shit, Alter! Eigentlich war das vor Oil! Ja, vor Oil! Verdammlich! Ich lach kurz nach und guck dann right side! Der kommt wahrscheinlich von behind, ne? Oh! Zwischen den Trains! Sind da beide? Achso, die sind beide dort! Ich dachte, komplett hinten! Nice! Drei! Habe ich für den Connector, einer für Electric! Electric ist weg! Connector ist weg! Schnell raus! Schnell raus! Hinter side! Hinter side! Ich hol mir den, geht hier auf den Plant! Ja, Ivy! Ivy mit oben! Ivy mit oben! Ah, der ist noch Connector! Ah, er ist schon right side! Und nö! Nein, er ist jetzt der Ivy! Backlines hat bisschen was! Endlich Backlines, Olaf! 346 Minuten später! Nice! Um Gottes Willen! Nice! Nice! Ja, lass Hardcore machen! Wir haben noch zwei Kills, oder? Ja! Close, close! Side, side, side! Nice, Sonic! Nice! Aber das war ein Crap-Buy von denen, oder? Mit Pumps und sowas! Du sagst Crap-Buy und Pumps! Selbst P90 als Main-Waffe! Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Chris! Äh, Entschuldigung! Ich hab mich jetzt verhört! Ah, jetzt im Ernst! Die müsste jetzt eigentlich ne Eco haben, oder? Ja, was hatten denn die anderen für Waffen? Wir haben einen Coil-Loser-Bonus! Achso, ja gut, dann... Oh, ja! Ich vertraue ihm wieder auf jeden seine Coils! Du sagst eben noch, die haben einen Voll-Loser-Bonus! Und sprichst dagegen und wundert sich, dass die... Ja, aber trotzdem! Ich habe einen Coil! Trotzdem vertraut auf mich! Nein! Stopp sein! Boah! Wäre ein Easy-Kill gewesen und ich mach's nicht! Ich smoke uns raus und wir versuchen auf den Plan zu gehen! Am besten so schnell wie möglich! Oh, dies dies! Oh! Easy! Gedodged, mein Vorlein! Ich sag mal, wack mal jetzt! Ah, ja! Oh, nö! Er ist immer noch auf dem Zug! Komm, ich hasse ihn einfach! Bei einer Runde 3 gegen 1... Da müssen die normalerweise ja nur mit Knife rangehen! Bitte verbrenn doch ganz, du Pimmel! Hehehehe! Roffel-Kopter! Oh, Ehrenmann! Was würde ich lachen, wenn wir jetzt gewinnen? Flaschen! 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 Ich hab keinen Ape! Oh mein Gott, danke! Behind! Behind kommt Last! Bei Poppy! Bin mir fast zu 100% sicher, dass er eben bei Poppy gestappt ist! Könnte auch oben lang gehen für Main! Jo, er ist bei Red! Er ist da, ne? Pass auf, Yakuza! Wo ist denn der? Ah, Electric! Ah! Okay! Oh! No, Steve! Guthalf! 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 Ich hab gehofft, dass bei 15 Schlüssel ist! Ich hab vergessen, dass es jetzt weiter geht! Haha! Die Schmeling! Please! Gib mir DRAW! Nein, lass A gehen! Lass A gehen! Ivy weg! Auf BOMB train! Auf BOMB train! Behind BOMB train is low! Ey, okay! Was ist denn das immer? Das ist jetzt schlecht! Yakuza, war das deine? Yakuza! Yakuza! Ich flash 3, 2 und los geht's! Was fängst du denn mit deinem riesen Kopf ab? Komm an den Kopf! Hier rechts! Okay! Litzko, Litzko! 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 Kommo! Boah! Alter! Ich hab direkt einen Hatter gefressen! Also ganz schlecht! Yakuza's Kopf war auch ein Highlight! Und die Nate von Yakuza fand ich auch nicht schlecht! Der schmeißt hier sich irgendwie selbst in die Hose! Die ist ganz komisch geworden! Der kommt hier zusammen und sterbt bei dem Feuer auf! Ivy ist low! Vorsicht! Ivy... Letzter! Und dann liegt halt der jetzt auch die Bombe, ne? Ich sag mal so, Yakuza! War schon mal besser als die Nate! Gar nichts! Kann man machen! Ich hab die Aufnahme durchgehendlaufen! Nice Jungs! Sehr schön! Wo stellt man sich hier denn hin, wenn man BE spielt? Wo steht denn Demi da immer? Ruf ihn schnell an! Der meiste spielt auch den ersten Train! Ah! Demi, du gaunericher Fuchs! Mach ich jetzt auch! Wenn wir jetzt noch zwei Runden holen, dann haben wir gewonnen! Aber... Aber halt irgendwie unverdient, ne? Kannst du uns doch sagen! Jan... Ja, die haben uns ne ganze Runde... Die haben uns ne ganze Runde geschenkt! Fire in the hole! Please die! Mein Name ist er! Mein Name ist er! Mein Name ist er! Mein Name ist er! Scheiße, dropp ich hier laut? Ach fuck! Kannst du... Die Waffe in dir? Also deine richtige Waffe? Die AWP oder was? Wenn er close in die Ecke kommt, bin ich verrückt! Na ja, also... Ja gut! Ja gut! Der Yakuza, kannst du bitte nicht mit dem Knife rückwärts laufen? Danke! Mein Name ist er! Nee, nee! Es ist raus! Es ist raus! Es ist raus! Es ist raus! B ist eine raus! Onside! Onside! Alle B! Alle B! Alle B! Nein! Nein! Danke Yakuza! Du bist ein guter! Dann zieht durch! Nice Jungs! Jetzt finden die die Bomben nicht! Ah was! Das waren eigentlich nur alle easy Schreibungen! Richtig zu mir! Boah!